Paukst du für eine Prüfung? Hast du nicht genug Zeit, um alles zu schaffen? Stress ist ein Gefühl, das wir alle haben, wenn wir unter Druck stehen oder überfordert sind. Aber Stress ist mehr als nur ein Gefühl. Er ist eine angeborene physische Reaktion des gesamten Körpers. Kurzfristig kann Stress von Vorteil sein. Aber wenn wir zu oft oder zu lange gestresst sind, verändert die primitive Kampf- oder Fluchtreaktion nicht nur das Gehirn, sondern sie schädigt auch manche Organe und zahlreiche Zellen im ganzen Körper. Die Nebenniere schüttet die Stresshormone Cortisol, Epinephrin, auch Adrenalin genannt, und Norepinephrin aus. Wenn diese im Blut zirkulieren, erreichen sie auch ganz leicht die Blutgefäße und das Herz. Adrenalin lässt das Herz schneller schlagen, was auf längere Sicht zu Bluthochdruck führt. Darüber hinaus kann Cortisol dazu führen, dass die innere Wandschicht der Blutgefäße, das Endothel, nicht mehr normal funktioniert. Wissenschaftler wissen mittlerweile, dass dies eine Vorstufe für Atherosklerose oder Cholesterinplax in den Arterien ist. Zusammengenommen erhöhen diese Veränderungen das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nimmt das Gehirn Stress wahr, aktiviert es das vegetative Nervensystem. Über dieses Netzwerk von Nervenverbindungen kommuniziert das Großhirn die Stresssignale an das enterische oder auch Darmnervensystem. Diese Verbindung zwischen Gehirn und Verdauungssystem sorgt nicht nur für Schmetterlinge im Bauch, sondern stört auch die rhythmischen Kontraktionen, mit denen der Darm die Nahrung transportiert, was zu Reizdarmsyndrom führen und die Säureempfindlichkeit des Darms erhöhen kann, sodass man leichter Sodbrennen bekommt. Über das Nervensystem des Darms kann Stress auch Zusammensetzung und Funktion der Darmbakterien verändern, was sich auf die Verdauung und die allgemeine Gesundheit auswirkt. Apropos Verdauung. Wirkt sich Stress auf das Gewicht aus? Durchaus. Cortisol kann den Appetit steigern. Es signalisiert dem Körper, die Energiespeicher mit energiereicher Nahrung und Kohlenhydraten aufzufüllen, was ein Verlangen nach Essen weckt. Noch dazu führt ein hoher Cortisol-Spiegel dazu, dass der Körper die zusätzlichen Kalorien eher als viszerales oder auch intraabdominales Bauchfett ansetzt. Dieses Fett macht es dir nicht nur schwieriger, deine Hose zuzuknöpfen. Es ist auch ein Organ, das Aktivhormone und immunologische Stoffe, sogenannte Zytokine, freisetzt, die das Risiko für chronische Leiden wie Herzkrankheiten und Insulinresistenz erhöhen können. Zudem beeinflussen Stresshormone die Immunzellen auf vielfältige Weise. Zunächst helfen sie bei der Bekämpfung von Eindringlingen und bei der Verheilung von Verletzungen. Aber chronischer Stress kann dazu führen, dass man anfälliger für Infektionen wird und sich Heilungsprozesse verlangsamen. Willst du ein langes Leben? Dann solltest du chronischen Stress vermeiden, da er sogar eine Verkürzung der Telomere zu verursachen scheint. Das sind die Enden der Chromosomen und sie messen das Alter der Zellen. Telomere schließen Chromosomen ab, damit bei jeder Zellteilung die DNA kopiert werden kann, ohne dass der genetische Code der Zelle beschädigt wird, wobei sie jedes Mal kürzer werden. Werden die Telomere zu kurz, kann sich eine Zelle nicht mehr teilen und sie stirbt. Und damit nicht genug. Chronischer Stress kann noch weitere Gesundheitsfolgen haben, wie zum Beispiel Akne, Haarausfall, sexuelle Funktionsstörungen, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, Konzentrationsprobleme, Müdigkeit und Reizbarkeit. Was bedeutet das alles für dich? Stressige Situationen wird es in deinem Leben immer geben, aber für Gehirn und den Körper als Ganzes ist es wichtig, wie du auf diesen Stress reagierst. Wenn du diese Situationen als Herausforderungen betrachtest, die du bewältigen kannst, anstatt sie als unbezwingbare Bedrohung zu sehen, wirst du kurzfristig mehr leisten und auf lange Sicht gesünder bleiben. Wenn Zeitmanagement zu den Dingen gehört, die dir Stress bereiten, haben wir ein paar Tipps für dich. Aus der Welt der Computer. Sieh dir in diesem Video an, was die Maschinen zu sagen haben.